Wie kann unsere spirituelle Praxis dabei helfen, mit Zeit, Informationen und Energie umzugehen, über die du vorhin gesprochen hast? Sie helfen dir auf jeden Fall, Energie zu organisieren, nicht wahr? Auf jeden Fall tun sie das. Informationen. Um mit deiner Information richtig umzugehen oder um nicht den Tendenzen zu erliegen, die durch die Informationen verursacht werden, die Informationen aus der Vergangenheit, dabei ist Energie ein sehr wichtiger Bestandteil. Der alte Trott hat sich geformt. Wenn man da raus will, braucht man etwas Energie. Wenn man nicht genügend Kraft hat, kann man da nicht rauskommen. Es wird dich in denselben Trott führen. Wenn man also genügend Energie erzeugt, kann man auch die Tendenzen in den Griff bekommen, die durch die alte Information verursacht werden. Das Karma kann nur zerbrochen werden, wenn man die nötige Energie hat. Diesen beiden Dingen dient das somit definitiv. Vor allem, sobald deine Energien in einer bestimmten Weise sind, kannst du das, was jemand in 24 Stunden tut, in sechs Stunden tun. Oder was du in 24 Stunden tust, kann jemand in drei Tagen tun. Was eine Tatsache für uns ist. Alle drei Dinge werden also auf eine bestimmte Weise organisiert. Aber insbesondere was Zeit angeht, wenn wir Zeit erfassen wollen, dann brauchen wir ein Sadhana, das anders beschaffen ist. Wenn man Zeit beherrschen will, gibt es eine ganz andere Art von Sadhana. Dies verleiht dir etwas davon, aber es ist hauptsächlich darauf fokussiert, die karmische Information und die Energiehand zu haben. Wenn man Zeit beherrschen will, braucht es einen anderen Ansatz. Wenn wir diesen Weg gehen sollen, muss man entweder ein enormes Verständnis für die verschiedensten Aspekte des Lebens haben, dann wird es extrem wissenschaftlich, oder man muss einfach bereit sein, zuzuhören. Wenn man eine dieser beiden Eigenschaften hat, ist es möglich. Die erste, die ich genannt habe, ein enormes Verständnis. Das wird nicht in kurzer Zeit passieren. Das kann nicht in kurzer Zeit passieren. Es braucht viel von... Es braucht viel. Es wird mehrere Leben lang dauern, bis Menschen verstehen, wie es tatsächlich vor sich geht, was Zeit ist. Ich weiß, dass die Wissenschaft einige Erklärungen für Zeit hat. Das ist in Ordnung. Sie haben ein paar Schritte gemacht. Aber das ist bei weitem noch nicht die ultimative Wirklichkeit dessen, was Zeit ist. Daher würde ich sagen, um darauf einzugehen, solch ein Sadhana ist gegenwärtig, nur für jene Menschen, die einfach zuhören. Wenn ich zu ihnen sage, springt in einem Brunnen, werden sie springen. Kein offener Brunnen, ein roher Brunnen. Ja. Wenn ich sage, springt in einen Rohrbrunnen, werden sie sich in den Rohrbrunnen hineinquetschen. Wenn sie so sind, können wir ein Kala-artiges Sadhana machen. Ihr habt von Kirti Mukha gehört. Jede Tempel ist mit der Darstellung von Kirti Mukha geschmückt. Als Shiva schlicht sagte, iss dich auf. Er sagte, ich bin hungrig. Er sagte, iss dich selbst auf. Er aß sich selbst einfach auf. Nur sein Gesicht, Mund und die Hände blieben übrig. Alles andere hat er selbst aufgegessen. Shiva sagte, du gibst ein herrliches Bild ab. Du stehst über allen Göttern. In jedem Tempel gibt es deshalb das Gesicht von Kirti Mukha, wo die Hände im Mund stecken. Alles. Der Körper ist weg. Er hat ihn aufgegessen. Seinen eigenen Körper hat er aufgegessen, weil Shiva es gesagt hat. Aus keinem Grund. Ohne einen Sinn. Doch er hat ihn einfach aufgegessen. So erhob er sich über alle Götter. Was damit gesagt wird, ist, dass er sich über Zeit, Raum und alles erhoben hat. Er steht über den Göttern, bedeutet, dass er sich über all diese Dimensionen erhoben hat. Denn selbst Götter sind einigen dieser Realitäten unterworfen. Er steht über all dem. Gott, das wird leer. Der Himmert Untertitelung des ZDF, 2020